Wir haben von dieser Kampagne auch ziemlich viele Kunden gewohnt. Also mindestens, ich glaube, wenn ich dich im Kopf habe, mindestens 70 Prozent von allen Teilnehmern sind dann als Mitglieder geblieben. Und deswegen ist es der schnellste und einfachste Weg, um Kunden zu gewinnen. Wir haben eine gute Kombination aus meiner Vision und deinen Ideen. Mein Name ist Jan Bogatschew. Ich bin Physiotherapeut und Studienhaber von ActiveFit Medical Fitness in Lauterbach. Ich bin auf die Agentur durch eine Empfehlung aufmerksam geworden. Die Empfehlung von einem Studiebetreiber, der schon mit der Agentur gearbeitet hat und gute Erfolge erzielt hat. Ich denke mal, heutzutage läuft ziemlich viel über das Empfehlungsgeschäft. Man möchte auch das Geld jetzt auch sinnvoll investieren und das war eine absolut wichtige Entscheidung für mich. Davor habe ich meistens immer mit Zeitungen gearbeitet, Zeitungswerbung, Flyer. War aber nicht so effektiv, muss ich sagen. Dadurch, dass ich über die Agentur viele positive Sachen gehört habe, gab es bei mir eigentlich nicht so viele Bedenken, dass es irgendwie nicht klappen könnte. Also wir arbeiten im medizinischen Bereich. Das heißt, mein Schwerpunkt ist immer orthopädische Rehabilitation. Aber es wird auch ganz viel präventiv gemacht. Aufgrund dessen habe ich mich an die Agentur gewendet, weil ich eben ein bisschen mehr Kunden überzeugen wollte von der Wichtigkeit der Prävention. Und das haben wir auch sehr erfolgreich geschafft. Eine unserer ersten Kampagnen waren Präventionskurse. Wir haben Werbung gemacht für Präventionskurse für Erwachsene und Jugendliche. Die Präventionskurse sind eigentlich dafür gedacht, dass die Leute, und das bestätigen auch die Krankenkassen, dass die Leute dauerhaft Sport treiben. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, erst mal zu schnuppern. Was bedeutet Bewegung? Was bedeutet Krafttraining? Und im Anschluss eventuell über die Mitgliedschaft dauerhaft trainieren. Also wir besprechen erst mal die Ziele von der Kampagne und die Besonderheiten eventuell vom Geschäft. Weil jedes Fitnessstudio ist schon ein bisschen anders. Also wir haben eher so eine medizinische Schiene. Ich erkläre meine Vorstellung. Du gibst eben nochmal deinen Senf dazu und dann klappt das schon mal ganz gut. Also dann hatten wir eine gute Zusammenarbeit. Ja, es war eigentlich relativ einfach, mit dem System zu arbeiten. Es war alles selbst erklärend. Und ich habe ja die ganze Zeit eine Benachrichtigung bekommen, falls ein neuer Interessenten sich eingetragen hat. Und ich konnte das auch schnell dann anrufen und entsprechend dem ihn vereinbaren. Was ich jetzt mal nach dieser Kampagne noch erfahren habe, die Leute kennen uns jetzt viel mehr als früher. Und das ist, was mir auch vielleicht auch ziemlich wichtig ist. Dank Kampagne konnten die Leute uns besser zuordnen, weil ein paar Jahre später, nachdem wir unser Studio gegründet haben, kam auch ein Discounter hier in die Gegend mit den gleichen Farben. Und die Leute konnten diese zwei Studios schlicht auseinanderhalten. Dann haben wir uns ein bisschen umpositioniert im Bereich Medical Fitness. Und dank Kampagnen und Präventionskursen konnten wir uns schon mal von den Mitbewerben besser abheben. Also alle Kampagnen, die wir zusammen gemacht haben, wurden sehr individuell auf unsere Bedürfnisse und auf Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten. Die Leute können uns dann von allen anderen Studios gut erkennen. Es war auch klar, dass es ein Medical Fitness Studio ist und nicht ein anderes Studio ist. Also es war auch visuell und akustisch richtig perfekt gemacht. Also was mir persönlich wichtig ist, wenn man mit einer Agentur zusammenarbeitet, dass man schnell erreichbar ist. Dass man auch kreativ ist bei Umsetzung. Und man hat eigene Ideen, aber man kann nicht immer einschätzen, ob das wirklich einschlägt. Oder vielleicht braucht man vielleicht eine andere Perspektive, ein anderes Auge. Und letztendlich hat die Zusammenarbeit gezeigt, dass es auch eine super erfolgreiche Zusammenarbeit war. Was ich besonders toll finde, dass meine Ideen zum Beispiel nicht sofort umgesetzt werden, sondern es werden auch Verbesserungsvorschläge unterbreitet. Und das ist das, was ich besonders schätze bei der Agentur. Für mich war der Grund für diese Zusammenarbeit auch eine persönliche Arbeit. Man ist, wie man schön sagt, auf einer Welle. Die Agentur ist schnell erreichbar. Sie reagiert auch schnell auf deine Anfragen. Sie kann auch, wenn irgendwelche Fragen auftauchen, die Fragen ganz schnell und professionell lösen. Und ich muss jetzt nicht so lange warten auf die gute Umsetzung. Es wird eigentlich ziemlich sofort gemacht. Und Zeit, das ist das, was heutzutage auch viel wert ist. Und jetzt nicht nur wegen der Schnelligkeit, sondern es ist auch erfolgreich. Und deswegen nichts Besseres kann man sich wünschen. Mit Preis-Leistungs-Verhältnis bin ich schon sehr zufrieden. Man muss natürlich immer was investieren, damit man etwas zurückbekommt. In dem Fall, in meinem Fall, war jetzt nicht nur etwas, sondern auch qualitativ gute Mitglieder, die jetzt auch dauerhaft Sport machen, die auch gute Mitglieder auch durch Wiederempfehlungen von unserer Arbeit mitnehmen. Die Investitionen haben sich auf jeden Fall gelohnt. Und es wird empfohlen, natürlich gerade in der heutigen Situation dauerhaft mit der Agentur zu arbeiten, damit man eben gute und langfristige Ergebnisse bekommt.